Sagt Ihnen die Luxus-Altenresidenz Rosenhügel in Limpenthal was? Die Wellness-Oase für Edel-Mumien. Ja, genau die. Da müssen Sie einziehen, wenn Sie wollen. Ich kann man nicht mal an parfümiertem Klopapier leisten, womit sich die Rollator Rockefellers gleich den Arsch abbischen lassen. Hast du Mitleid und wirst weich, wirst mit Häusern doch nicht reich. Immer ruhig, was? Aber mein Großvater, Gott habt den Seelen, dass der Archäologin Müller damit gleich zur Presse geraten ist. Und er hat das dann ratzfatz online gestellt. Und davon haben die Chinesen natürlich Wind gekriegt mit ihren Huawei. Ja, und dann? Ja, wie, was und dann? Habst du Schlese gesagt? Ja, das weiß ich ja nicht, das war ja Schlese. Ja, das weiß ich ja nicht. Du Jäk Jungs! Du Hán Hau! Du Zau Dung! Du Dung Zau! Du hirnamputierter Obertrottel! Wenn du schon Scheiße baust, dann wenigstens richtig! Wenn du jetzt alles auffliegen lässt, kriegen sie dich wegen Unterschlagung und Beschädigung von Kulturgütern dran. Außerdem sorgen die Anwälte von den stinksauren Baulöpfen dafür, dass du so lange im Knast versauerst, bis du dein Frühstück aus der Schlappeltasse lutschen kannst! Los, komm her, du geiler Schaufelmaulwürfel! Grabe nach meinem weißen Schatz! Und jetzt will ich Lacher und Klatscher hören! Linke Seite mal lachen! Es ist noch Luft nach oben! Rechte Seite mal klatschen! Und du kämpfst dich noch mal dahinten, das sieht ja verheerend aus! So weit ich weiß soll, panierte Heuschrecke mit Wespenkartöffelchen an frittiertem Waldameisensalat eine besondere Empfehlung des Hauses sein! Guten Appetit! Applaus